2 Kriminalhauptkommissar Paul Kalkbrenner parkte seinen Passat, stieg aber nicht aus. Er las die SMS, die ihn vor wenigen Minuten erreicht hatte. Hallo Paps, ich freue mich auf nachher. Kussi, Jesse. In einer Plastiktüte auf dem Beifahrersitz stapelten sich Kinderbücher, Bildergeschichten, Märchen und fantastische Romane. Das Buch, das zu Oberst herausragte, trug den Titel »Gehen wir heim, kleiner Bär«. Im Radio lief »Lay Down, Stay Down«, immer noch einer seiner Lieblingssongs von Deep Purple. Und für einen Moment wollte sich Kalkbrenner dem Glauben hingeben, Buch und Lied seien ein Zeichen. Sogar Bernie, der während der Fahrt noch aufgeregt hechelnd im Fond gehockt und aus Gründen, die nur er kannte, jeden vorbeifahrenden LKW angebellt hatte, sank auf die Rückbank und streckte alle vier Pfoten von sich, während ihm die Zunge über die Läfzen hing. Auf der anderen Straßenseite bemerkte Kalkbrenner eine junge Frau mit olivfarbenem Teint, kurzen schwarzen Haaren, Jeans, einem Kapuzen-Shirt und einer Lederjacke. Sie beobachtete ihn. »Looking for trouble«, sang Rod Evans. »I guess that's right.« Am liebsten hätte Kalkbrenner zum Schlüssel gegriffen, den Motor gestartet und wäre wieder nach Hause gefahren. Gähnend hob er stattdessen die Hand zum Gruß. Er bedauerte sich nicht noch die Zeit für einen Kaffee genommen zu haben, nachdem der Anruf der Einsatzzentrale ihn vorhin geweckt hatte. Einbruch mit Todesfolge. Mühsamstraße in Friedrichshain. Stattdessen hatte er die Bücher aus den Umzugskisten im Keller zusammengesucht und dann Bernie in ein Gebüsch vor dem Haus gescheucht, bevor sie losgefahren waren. Die Purple wich der Werbung für ein Möbelhaus. Das nervtötende Geplapper begriff Kalkbrenner diesmal tatsächlich als Zeichen. Er schaltete das Radio aus, steckte sein Handy ein und stieg aus dem Wagen. Bernie blinzelte, rührte sich aber keinen Millimeter. »Nicht doch, Dicker«, sagte Kalkbrenner. »Bleib ruhig liegen.« Der Bernhardiner schloss die Augen und begann zu schnarchen. »Wenn du bloß immer so gut hören würdest.« Ein kühler Wind fegte Laub und Zeitungsfetzen über den Asphalt. Am Himmel trieben dichte Wolkenfelder und ließen einen weiteren trüben Herbsttag erwarten. Kalkbrenner überquerte die Straße. »Morgen.« »Alles in Ordnung mit ihm?«, fragte Sarah Muth, Kriminalkommissarin und Kalkbrenners Kollegin im Morddezernat. »Er ignoriert mich.« »Es ist halb sieben in der Früh.« »Daran könnte es liegen.« »Und was ist mit dir?«, wollte Muth wissen. »Wieso fragst du?« »Für einen Augenblick dachte ich, du willst wieder wegfahren.« »Wie du sehr richtig bemerkt hast, es ist halb sieben in der Früh.« Muth musterte ihn, sagte jedoch nichts. Ihre Beobachtungsgabe war außerordentlich. Aber nur selten verlor sie viele Worte. Achselzuckend lief sie auf die Streifenwagen, den Transporter des Tatort- und Erkennungsdienstes und einen Rettungswagen zu, die 50, 60 Meter voraus die Straße blockierten. Kalkbrenner schloss zu ihr auf. »Außerdem wollte ich eigentlich heute Morgen meine Mutter besuchen und danach zu Jessie.« »Geht es deiner Tochter wieder besser?« Kalkbrenner nickte. Vor einiger Zeit war Jessie an einem Schwangerschaftsdiabetes erkrankt, was, wie die Ärzte erklärt hatten, während einer Schwangerschaft nicht weiter ungewöhnlich war. Dennoch hatte sie einige Tage im Krankenhaus verbringen müssen. »Inzwischen ist alles im Lot.« »Im wievielten Monat ist sie?« »Im siebten. Aber übermorgen fährt sie nach Paris.« »Jetzt schon?« Kalkbrenners Tochter studierte Kunst und hatte vor kurzem ein Stipendium in der französischen Hauptstadt erhalten. Erst einmal guckt sie sich nur Wohnungen an. Umziehen will sie dann nach der Geburt. »Höre ich da Wehmut in deiner Stimme?« »Sie ist erwachsen,« sagte Kalkbrenner. Seine Kollegin lächelte. »Außerdem kommt sie ja irgendwann wieder zurück,« fügte er hinzu. Noch immer lächelnd blickte Mut auf die Uhr. »Wann bist du mit ihr verabredet?« »Um zehn.« »Das sollte zu schaffen sein.« Mut schlüpfte unter dem Polizeiabsperrband hindurch, mit dem die Schutzpolizeibeamten den Bürgersteig vor einem sanierten Altbau weiträumig abgesperrt hatten. Vor dem Schaufenster eines winzigen Ladenlokals und dem benachbarten Durchgang zu einem Hinterhof war außerdem ein mannshoher Sichtschutz errichtet worden. Obwohl es außer grimmig dreinblickenden, uniformierten und einer weißen Plane nichts zu sehen gab, hatten sich bereits die ersten Schaulustigen eingefunden. Werktätige, die auf dem Weg zur S-Bahn einen kurzen, müden Blick riskierten. Hundehalter, Jogger und ein Dutzend weiterer Gestalten, die ihrem ramponierten Aussehen nach die Nacht durchgezecht hatten. Sie reckten ihre Smartphones in die Höhe. Kalkbrenner folgte seiner Kollegin zum Transporter der Spurensicherung. Was ist passiert? Ein Einbruch mit Todesfolge. Das erwähnte die Zentrale bereits. Den Täter hat's sozusagen auf frischer Tat erwischt. Sozusagen? Mut schlüpfte in einen Einweg overall. Besser du siehst es dir an. 3 Max saß stocksteif zwischen müffelnden Pappkartons. Aus der Küche drang kein Laut mehr, kein Poltern, keine Schreie, nichts. In seinen Armen und Beinen begann es zu kribbeln. Obwohl er seit einer gefühlten Ewigkeit in ein und derselben Haltung lag, rührte er sich nicht vom Fleck. Stattdessen hielt er seine Schwester fest umschlungen. Vor einer Weile schon war Ellis Wimmern verklungen. Offenbar hatte sie sich beruhigt. Vielleicht war sie sogar eingeschlafen, aber das konnte Max in der dunklen Kammer nicht erkennen und er wollte sie nicht danach fragen. Seid still! Er traute sich ja nicht einmal sich zu bewegen, aus Angst dabei ein Geräusch zu verursachen, das sie verriet, oder davor seine Schwester zu erschrecken, sodass sie von Neuem zu weinen begann. Obwohl mit jeder Minute, die verstrich, das taube Gefühl in seinen Armen und Beinen unangenehmer wurde. Außerdem musste er aufs Klo. Angestrengt horchte er nach der Stimme seiner Mutter, ihren Schritten oder dem Klirren des Schlüssels, mit dem sie das Schloss entriegelte und sie mit einem Lächeln aus dem Wandschrank befreite, weil das Spiel endlich vorbei war. Jetzt seid ihr in der Höhle, ja? Max wollte fest daran glauben, dass es sich bei allem nur um ein Spiel handelte. Nach wie vor herrschte Stille in der Wohnung. Oh Mann, er hielt die Schwere in seinen Armen und Beinen kaum noch aus. Max, sagte seine Schwester unvermittelt. Psst! Wann? Sei ruhig! Minuten vergingen, ohne dass etwas geschah. Ich muss mal pullern, flüsterte Elli, womit sie ihn an sein eigenes Bedürfnis erinnerte. Seine Schwester richtete sich auf. Ich muss ganz dringend. Erleichtert streckte Max seine Glieder. Endlich ließ das Kribbeln in seinen Muskeln nach. Der Druck in seiner Blase aber nahm zu. Ich muss wirklich ganz dringend, sagte Elli. Max versuchte, das Rumoren in seinem Unterleib zu ignorieren und stand auf. Doch seinen Beinen fehlte das Gefühl. Er kippte gegen einen Pappkarton. Der Inhalt schepperte. Und in dieser Höhle, das wisst ihr doch, da müsst ihr still sein. Max hielt den Atem an. Sein Herz klopfte laut und verräterisch. Nichts passierte. Draußen blieb alles ruhig. Ich kann nicht mehr lange halten, sagte Elli. Nur noch ein bisschen. Bis Mama kommt? Ja. Allmählich kehrte das Gefühl in Max' Beine zurück. Er erhob sich langsam und spähte durch den Riss in der Holztür. Dummerweise stand der Schrank mit den Schüsseln und Tupperdosen im Weg, sodass er kaum etwas erkennen konnte. Einer der Stühle lag umgekippt am Boden. Auf der alten Anrichte stapelten sich die verschmierten Teller vom gestrigen Abendessen. Mama? Rief er. Seine Mutter antwortete nicht. Mama? Immer noch nichts. Wo ist Mama? Fragte Elli. Max zögerte. Kümmere dich um Elli, ja? Im Märchenwald, sagte er. Und du weißt, im Märchenwald wird immer alles gut. Auch daran wollte er ganz fest glauben. So wie er sich als kleiner Junge jeden Abend an die Hoffnung geklammert hatte, während er mit seiner Decke eine Höhle formte, in der er sicher vor dem Riesen war. Und tatsächlich. Eines Tages war sein Vater nicht mehr nach Hause gekommen. Die Schläge hatten ein Ende gefunden. Die Wut, das Geschrei und... Oh nein! Max' Fußsohlen umfloss eine warme Flüssigkeit. 4 Kalkbrenner zog einen Einweg-Overall an, streifte sich Plastikstulpen über die Schuhe, Einweg-Handschuhe über die Hände und folgte seiner Kollegin hinter den Sichtschutz. Über der Eingangstür zu dem Ladenlokal verriet ein kleines Blechschild mit Buchstaben in Scherenform Haarspalterei. Die Poster im Schaufenster zeigten aufwendig tupierte Frauen und Männer mit gestutzten Vollbärten, wie sie seit einigen Monaten bei den Berliner Hipstern angesagt waren. In dem winzigen Laden wuselten die Kriminaltechniker in weißen Ganzkörperanzügen zwischen Spiegeln, Waschbecken und anderem Friseurbedarf hin und her. Neben dem Geschäft führte ein Durchgang in einen kleinen Hinterhof. Vor dem rückwärtigen Ladenschaufenster warteten die beiden Streifenpolizisten, die als erste am Tatort gewesen waren, ein Rettungssanitäter und Dr. Franziska Bodde, die Leiterin der Spurensicherung. »Guten Morgen, Herr Kalkbrenner«, begrüßte sie ihn. »Morgen«, murmelte er, während er seinen fassungslosen Blick nicht vom Schaufenster lösen konnte. Dessen Glasscheibe war eingeschlagen worden. Über das blutbefleckte Fensterbrett hing der Leichnam eines jungen Mannes, sein Oberkörper im Laden, der Rest von ihm noch im Hinterhof. Ein Glassplitter, groß wie ein Bumerang, ragte aus seinem Rücken. »Vermutlich hat er die Schaufensterscheibe eingeschlagen«, sagte Dr. Bodde, »wollte hindurchsteigen und dann löste sich der dicke Splitter von oben.« »Ein grotesker Abgang«, bemerkte einer der beiden Polizisten. Sein Kollege kicherte zustimmend. »Ein Fall für den Darwin Award«, sollte man meinen. »Und ich meine«, sagte Kalkbrenner ohne seinen Blick von der Leiche zu lassen, »dass Sie jetzt besser Ihren Kollegen draußen bei der Absperrung helfen sollten.« Beschämt verließen die beiden Beamten den Innenhof. Kalkbrenner unterdessen näherte sich der Leiche. Die Augen des jungen Mannes waren vor Schreck geweitet, sein Mund zu einem lautlosen Schrei aufgerissen. Er war fast noch ein Teenager, etwa 20 Jahre alt, möglicherweise sogar jünger. Kalkbrenner fragte, »Der Glassplitter hat zu seinem Tod geführt?« »Höchstwahrscheinlich«, sagte der Rettungssanitäter. »Er scheint in Nierennähe eingedrungen. Ich vermute daher, er hat die Bauchschlagader verletzt, was schnell zum Tod geführt haben dürfte.« »Was bedeutet »schnell«?« »Das Blut wäre im Bauchraum versackt, dadurch der Mann innerlich verblutet.« »Hat er sehr gelitten?« Der Sanitäter schüttelte den Kopf. »Er wird den Schmerz für einen kurzen Moment noch gespürt haben. Sein Kreislauf hat dann aber aufgrund des Blutverlusts sehr bald versagt. Daran dürfte er auch gestorben sein, am Kreislaufversagen und einem Schock.« »Wann ist der Tod eingetreten?« »Vor nicht mehr als ein oder zwei Stunden. Die Leichenstarre ist erst punktuell eingetreten.« Kalkbrenner sah hinaus in den Hinterhof, der auf allen Seiten von Altbauten umschlossen war. Jedes der Häuser besaß einen Hinterausgang, der zu den Müllcontainern führte. Mittelpunkt des Hofes bildete eine Holzbank unter einer Birke, deren mächtiger Wipfel den Blick auf die Fenster der Wohnungen in den oberen Etagen versperrte. »Keiner der Anwohner hat etwas mitgekriegt?« fragte Kalkbrenner. Mut verneinte. »Ich habe Kollegen zur Befragung losgeschickt, aber bisher Fehlanzeige.« »Kein Scherbenklirren? Keinen Schmerzensschrei?« »Einer der Nachbarn ist in der Nacht von einem Knall geweckt worden, aber er hat sich nichts dabei gedacht und ist wieder eingeschlafen.« »Logisch, so ein Knall im Hinterhof mitten in der Nacht ist ja auch völlig normal.« Kalkbrenner schnaubte. »Und wer hat die Leiche gefunden?« »Martin Meier, der Ladeninhaber. Er wohnt in der Wohnung über dem Laden.« »Er hat auch nichts mitbekommen?« »Nein.« »Weißt du, wann er seinen Laden normalerweise öffnet?« wollte Kalkbrenner wissen. »Um halb zehn.« »Was wollte er dann schon um sechs hier?« »Büroarbeiten,« behauptet er. »Ist er noch hier?« »Er wartet in einem der Streifenwagen. Ein Kollege ist bei ihm.« Kalkbrenners Blick kehrte zurück zu der Leiche. »Wissen wir, wer das Opfer ist?« Mut brachte aus ihrer Jackentasche einen Ausdruck zum Vorschein. Silvio Kirkulescu. Rumäne, 24 Jahre, gemeldet noch bei seinen Eltern. Seine Fingerabdrücke hatten wir in der Datenbank. Einschlägig vorbestraft. Das Übliche. Gewaltdelikte, Diebstahl, Einbruch. Das letzte Mal vor einem Dreivierteljahr in einer Videothek in Neukölln. Was um alles in der Welt gibt es heutzutage noch in einer Videothek zu klauen? Vermutlich genauso viel wie in einem Friseurladen. Kalkbrenner dachte darüber nach. Ich möchte mit dem Inhaber sprechen. »Wir sommes die